ja so dann was war das jetzt immer weit und viele gibt's im hafen naja ja dann fang mal auf und mit ohne menschen ist das hier eine geisterstadt hier müssen wir durch spotty und dann ist es nicht mehr weit zum hafen kannst du schwimmen ich nur mit schwimmreifen das ist ja noch viel besser als ein schwimmreifen das denke mal das denke mal so 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 alles okay mit dir rini oh schau da kommen sie mir sam und janus da mit einem rattenschwanz suchern hinter sich wir legen sofort ab ich muss nur noch das schiff klar machen hilf uns mein spotty das 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 Verdammt! Sam und Janus holen mit! Wir müssen ihnen helfen! Nein, wir müssen uns beeilen! Hier geblieben! Führer! Ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft! Geh weg! Du kannst uns nicht aufhalten! Stimmt, Zedwig? Her mit dem Splitter! Nein, den brauchen wir! Wir müssen Silence zerstören! Niemals! Ich bin die Königin! Ich bestimme! Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes! Runter vom Schiff! Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen! Den Splitter könnt ihr bei mir lassen! Dann geht ihr da rüber und löst Janus und Samuel ab! Boah! 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 Fuck, Alter! Noch mal toll, dann geht es yn! Wow! Geidt noch한 sensiii! Zedl bitte detectieren! Jörg MAIN! Was für Möschte. Ach, das Schwerte. Nein! Runter vom Tau! Lass uns in Ruhe! Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Suche auf dich. Nein! Sam und Janos sind doch dort. Keine Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Ich muss sie beschützen. Ich muss sie beschützen. Spotty, will du das, okay? Ich muss sie beschützen. Ich lass mich doch nicht von diesem Wurm vertreiben. Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Lächerlich. 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 Aua! Verdammtes Mistding! Spass! Ich musste es tun. Verdammt! Zu spät. Tut mir leid. Ich habe eine oberste Priorität, dass ich sie rette. Spass. Es gibt natürlich auch einen anderen Hergang. Eine oberste Priorität ist sie zu retten. Wieso lenkst du nicht zurück? Wieso rettest du Spot nicht? Noah würde ihn holen. Wozu? Wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwindet er sowieso. Genau wie der Rest von Silence. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown. Genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah! Na los! Zeig mir den Thronsaal! Mach doch was, du nutzloses Ding! Ich werde, dass sie da ist. Das habe ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Pass auf, ich setz den Kurs und bring dich zum Spiegel. Sharna sagte, der Weg führt durch das Licht. Ich weiß nicht, wo das Licht sein soll, das Sharna meint. Sharna sagte, der Weg führt durch das Licht. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probier einfach mal was. Er ist der Weg vor dir, das ist das Licht avocado Trink. His teve Strom in mir. Er nimmt dich täglich nicht. Lied bei Wolken presset. Da, da ist ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Kann doch dir lieber, ich mache das aus, ey. Zum Leuchtturm, kurz vor dem Mond. Spot? Sedgwick? Spot? Spotty! Du bist wieder da, Spotty! Ich wusste es aus der Kleine! Toll! Ich will auch fliegen! Aber wie? Schmetterling? Wow, wow, wow! Boah! Hoi! Hoi! Ich wusste es, dass der Kleine überlebt! Hoi! 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 Woi! Hoi! 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 Okay. 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 Spott, du bist zu langsam. Geht dir furchtbar. Ich krieg dich, Spottie. Pass bloß auf, ihr Wolken. Jetzt zeuch ich euch weg. Alle. Ich krieg dich, Spott, du bist. Ich krieg dich, Spott. Oh, ja. Oh, ja. Mist! Ein Vögel kommt geflogen Didi Ein Vögel kommt geflogen Ja wo ist das Vögel? Ein Vögel kommt Hurraa! Ich habe ihn Scheiße Nein Hör Hör Hol da Jetzt habe ich mich auch geschissen, Anna Angeschissen habe ich mich jetzt Angeschissen Spott, wo bist du? Komm runter Rini, komm! Aber Spott ist weg, wir müssen ihn suchen Komm jetzt, wir sind kurz vorm Ziel Oh je Da Gut gemacht, kleiner Hüpfer Ah Ah Soll ich mich angeschissen? Sie wollen den Splitter, was soll ich machen? Ihn zuwerfen? Nein, lauf zum Leuchtturm, schnell! Und du? Mir wird schon was einfallen, geh jetzt Nein, ich lass dich nicht allein Geh zu nur Rini, zerschlag den Spiegel Lauf los! Das springen wir das nächste Mal weiter Okay Weitere Jetzt Drei 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 Vielen Dank.